hallo liebe star wars fans und hobby modellbauer hier ist euer forys von 80 mit der nächsten ausgabe der bau des melinium fall nr 25 und ihr habt hier bei ausgabe 24 gesehen die hälfte von diesem monster teil ist jetzt schon fast fertig von dem gerüst und jetzt geht es heute mit ausgabe 25 mal gucken was das jetzt enthalten ist aber ich sehe schon viele bobbelarbeit wieder für mich auf mich zukommt und jetzt hier die modellteile und hier dann die ausgabe 25 im schönen orange und ja was ist hier alles enthalten komponent für rahmen rumpf verkleidung und korridor und hier eben jedi sternjäger und besuch auf lotal und würde man sagen langer rede kürzer sind wir gerne direkt ins innere dieses magazins und dann über zur bauphase 25 und let's go ja und hin und die ausgabe 25 von bau dem melinium fall in einem schönen orange gehalten und wir schlagen gleich mal auf und da haben wir natürlich die inhaltangabe von dem magazin bisschen werbung von einem vw käfer polizeiauto ja wer es braucht also brauche ich jetzt erstmal nicht und hier jetzt der delta 7 etaspire sternjäger aus episode 2 und wir blenden einfach jetzt hier mal durch das magazin durch und schauen uns mal das alles genau an hier eben besuch auf lotal aber das hier schaut sehr aus nach clone wars muskelschner habe ich nie angeguckt interessiert mich auch irgendwie nicht wirklich dann hier der cryo computer und hier eben dann geht es noch weiter geheimnis der raumfahrt und jetzt haben wir hier die bauphase 25 und hier seht ihr schon viel gebobbel viel gebobbel auf jeden fall extrem viel gebobbel wie ihr hier seht und das werden wir uns nochmal ranwagen ich freue mich schon drauf und hier nächste ausgabe dann hier die ausgabe 26 und dazu natürlich dann bald mehr davon ja und wenn wir sagen wir gehen direkt zur bauphase 25 über und bis gleich es geht weiter mit der bauphase 25 und hier auch mit ein richtig großes tütchen mit dem bauteil drin und da holen wir ganz euch mal raus und wir benötigen eigentlich zurzeit nur das hier der spaß dieser spaß das ganz große spaß und die beiden hier noch alles andere kann man erstmal hier verräumen und ja ihr habt ja schon gesehen was wir machen müssen lustige dinge die uns freude machen also nicht wirklich aber ja okay würde mal sagen ich mache mal auf schnell durch lauf und brauche einfach die dinge komplett fertig zusammen weil nämlich das dauert wirklich jetzt ewigkeiten bis das hier mal fertig ist und dann die letzten paar züge mache ich euch ja noch hier im langsamen lauf aber ansonsten alles im schnellen lauf und let's go viel spaß dabei und bis gleich 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und wir sind jetzt nun bei den letzten angelangt und ja, es war auf jeden Fall eine Bobbelarbeit, wie man es eben so kennt, von diesen ganzen Verstrebungen. Aber im Grunde war hier nichts Aufregendes dabei, also es ging eigentlich dann trotzdem ganz flott. Nummer 1, dann hier Nummer 2, die Nummer 3 und die Nummer 4. So schauen sie aus. Ja, liebe Filmfreunde und Star Wars Fans, das war es nun mit der Ausgabe 25. Ging auch wieder recht einfach. Ich dachte mir, ich möge nicht so lange euch auf die Folter spannen. Und es ist mir auch schon bekannt von anderen Ausgaben von mir. Und von daher aufstehen, ich glaube, ich war ganz gut für euch. Ja, das war es von mir und es geht bald weiter mit der Ausgabe 26. Seid gespannt und bis demnächst. Euer VORIO80. Tschö mit Ö und BEEB.